Tag zusammen und willkommen zu Minecraft Server Action mal wieder. Alter, warum ruckelt das jetzt so krass? Wir sind jetzt dabei, auf Mainplex uns die... wieviel? 1000 Games Reward abzuholen für dieses Jump'n'One hier. 4000? 1000? 1000, hab ich gesagt. Mit dabei sind Tobi und Martin. Guten Tag. Und die Schwierigkeit an diesem Jump'n'One ist, man darf nicht stehen bleiben. Weil, wenn man stehen bleibt, zeig ich euch jetzt mal, ich bringe das für den Block, bleib stehen und wäre wieder zurückgeportet. Das heißt, man muss das so oft versuchen, bis man es geschafft hat und zwar ohne stehen zu bleiben. Ich habe jetzt alle Spiele ausgeländet, das heißt, wir sehen jetzt Martin und Tobi auch nicht zum Glück. Ich bin das... ach nein! Aber das ruckelt jetzt hier volle Kanne, weil, seitdem ich aufnehme, das ist voll dumm. Mach doch die Render-Distanz runter. Äh, Video-Settings. Machen wir mal Render-Distanz auf 8. Oh, aber wieso springe ich denn immer so weit? Ich weiß gar nicht, was man jetzt hier alles einstellen muss, ich gebe es jetzt so viele Sachen. Use V-Sync? Nein. Ach, weh! Nein! Oh, warum ist der gerade nicht gesprungen? Ich war so ultra weit. Oh ja, jetzt ist besser, jetzt ist besser! Oh, fuck, ich wusste, ich weiß noch nicht, wo ich danach hin muss. Hätte schon den zweiten Jump gerade geschafft. Fick dich. Ich denke mal, also dahin, dann auf den, dann denke ich mal auf den. Oh, nein. Oh, das geht doch gar nicht. Das ist gar nicht machbar. Du musst auf den links neben dir. Das ist nicht machbar, Martin, das schafft man gar nicht. Klar, ich bin schon fast durchgekommen. Oh, jetzt hat es wieder geruckelt. Na, Mann! Ich muss die Chance noch weiter runterstellen. Oh, ich bin nicht zu früh gesprungen, fuck. Keine Kraft, du hast du, okay? Ich habe das mit A gesagt, nicht mit U. Okay, schweig. Nein, ich bin bei einem im Kreis gegangen. Nein! Oh, es ruckelt immer! Ah, ich will nicht, dass es ruckelt. Ach. Ja, jetzt hätte ich das Bild, toll. Ich auch, gerade in dem Moment, wie du es gesagt hast. Ja, dann haben wir bestimmt alle ins Schaden fällt. Ich nicht. Doch. Doch, du hattest einen. Tobi. Das habe ich genau gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier machen werden. Wahrscheinlich, bis wir keine Woche mehr haben. Bis es einer schafft. Ja, genau. Also haben wir schon mal ein paar Parts für die nächsten Wochen für Minecraft Server Action. Wir wollten eigentlich noch was richtiges hier spielen. Ich weiß noch mal nicht genau was. Boah, war ich gerade weit, Alter. Boah, warum? Ich will auch die 1000 Camps haben. Nein, Alter, wo soll man da hin? Ich war gerade ultra weit, fast beim letzten, Alter. Kann man das so oft machen, wie man will, Martin? Ich glaube schon. Ja, aber man will das ja nicht so oft machen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht auch nur einmal. Oh, das rüttelt immer nach ein paar Blöcken. Ja, genau, wie du es gesagt hast. Da ist es voll rüttelt. Ich war voll weit weg. Nein. Ja, das Problem ist, man darf nicht stehen bleiben. Das ist die Scheiße. Man kann sich nicht mal kurz ausruhen. Wieso sollte man nicht ausruhen? Weil ich voll, Alter, ich bin so angespannt, dass mir mein Rücken schon wehtut. Ich hasse Jumpman's. Oh mein Gott, ich brachte gerade nur noch drei Sprünge. Ich trinke mal ein Stück Kaffee. Ich bin voll gechillt so. Ah, du bist gechillt, ja. Meine Beine springen mal voll. Hey, was war denn das jetzt gerade? Leute, ich werde die ganze Zeit zurückgeportet, obwohl ich laufe. Das ist doch schlecht. Jetzt bei mir auch voll oft. Nein. Oh, Mann. Mann. Tobi, ey. Der bremst uns, Alter. Ja, der bremst uns voll. Nein. Topsy bremst uns. Nein. Das stimmt nicht. Kann doch bremst. Oh, fuck you. Fuck you doch selber. Oh, jetzt habe ich den ersten Sprung gespacht. Hier ist ein kleiner Mini-Tempel. Kann man hier reingehen? Nein. Hier auch. Oh, wieso springe ich da zu weit? Ich capier's nicht. Hier ist ein Bett. Kann man nicht reingehen. Da war ich schon drin, da ist nichts. Ich war da auch schon drin, da. Ihr dürft da nicht drin gewesen sein. Bleib mal die Schnauze. Nein. Jetzt bin ich dagegen gekommen. Jetzt habe ich dagegen gekommen. Dieser scheiß Eck sprung war immer, ey. Mann. Ich heule gleich. Ja, ich auch. Martin, ey. Du bist doch voll behindert. Wann zeigst du uns? Warum hast du uns das gezeigt? Ja, mach doch voll süchtig irgendwie. Ja, mach gar nicht süchtig. Mach aggressiv. Ich töte dich gleich. Mach mal. Ich lache auch. Ich töte dich. Oh, ich komme da immer gegen. Boah, ficken. Ich will gerne nur Aufnahme wissen, wo du die ganze Zeit stehen bleibst, ey. Ficken. Ich war schon voll weit, ja? Ihr Spaß. Aber jetzt habe ich es nicht mehr drauf. Ich habe auch gar keine Lust. Nein, jetzt will ich es gar nicht schaffen. Ich will es gar nicht schaffen. Ich mache das nur, weil mir langweilig ist. Ich könnte es ja ganz locker schaffen, aber ich will nicht. Was? Ich will ja auch nicht angeben jetzt vor den ganzen Leuten, ne? Hm. Boah, warum wo geht das denn? Du hast den Parcours bestimmt hier selbst erstellt, ne? Ja, ja. Ich habe den gemacht. Du kannst dich schon auswendig, wenn du die Augen zufasst hast. Ey, willst du mich verarschen? Jetzt war ich gerade so im Flow und dann wirst du rausgeportet. Eih. Ja, ja. Oh. Ich bin gekommen. Mhm. Boah, schon wieder. Ist scheiße, ey. Die Maus. Ich komme noch nicht mit hinterher. Ist so, ne? Ich komme mir die ganze Zeit neu an. Legern Nusch, Mann. Wieso? Mach doch einfach die Mausunfähigkeit höher. Ich muss nie neu anlegen. Meine ist schon voll hoch. Laber doch nicht. Ich muss hier so eine geile Microsoft Maus holen wie ich. Ah ja, ich brauche eine neue Maus, ne? Meine kabellose Maus ist kaputt. Nein. Ey, wieso? Ihr könnt doch diesen Half Slap, ne? Ich kann doch Double Jump, Vitech. Ey, du kannst nicht Double Jump. Ihr könnt doch diesen Half Slap. Ja. Kann man. Rausspringen muss, ne? Und dann muss man doch so halb im Kreis springen. Man kann Doppel Jump machen? Ja, bei den vier. Ja, nicht hier. Da wäre ein bisschen behindert. Ja, super. Das habe ich deswegen nicht geschafft, Alter. Bei diesem Halb... Bei diesem Kreis da fällt es immer, oder was, Martin? Ja, da komme ich auf den ersten vielleicht mal rauf. Also nach dem Half Slap auf den ersten Block wieder. Und dann falle ich wieder runter. Das habe ich fast zu 80% jetzt gemacht. Also bis dahin komme ich auch voll oft jetzt. Jetzt ruckelt es schon wieder. Ich verstehe das nicht. Ich habe 40 Frames und es ruckelt. Wie geht denn das? Hast du vor Sink vielleicht an? Ne, habe ich gerade ausgemacht. Mach mal wieder an. Nein, Mann, ich spiele doch nicht Vollbild. Ich auch nicht. Na, dann mach raus. Draw my Sing. Was ist das, Martin? Wollen wir das mal spielen? Nee, warte, wir machen das jetzt erst mal. Ja, warte, wie lange denn? Bis ich es geschafft habe. Bis du es geschafft hast. Ja, das kann ja noch dauern. Das schaffen wir es dann eher. Da ist Deep Zone. Das ist scheiße mit der Lava, weißt du? Am Anfang ist es so flüssig und sobald man über der Lava ist, fängt es an zu ruckeln. Nein. Doch. Oh, ich bin gerade voll weit. Boah, ey. Ich bin gerade übel heftig weit. Wollen jetzt? Ich wüsste nicht wollen. Ich wüsste nicht wollen. Muss man dann am Montag in der Aufnahme gucken. Ich starte es am Montag mal hoch. Die erste Folge hier. Du fliegst bei den 5. oder 6. Sprung immer runter. Ich will auch mal eigentlich mal Serveraction gemacht. Zwölf, ne? LOL. Jetzt war ich bei einer auf dem zweiten Block. Hä, wo muss ich denn dann hin? Martin? Ich war so übel weit. Ja. Wann haben wir mal Serveraction gemacht? Zwölf? Was? Uhr. Genau. Hast du keine Ahnung? Ich glaube ja, zwölf Uhr. Da kam Minecraft und da kam irgendwas anderes. Boah, aber Minecraft müssen wir halt auch noch aufnehmen, Martin. Oh. Wenn du gegessen hast, okay? Chicken Wings Barbecue gibt's. Ich glaube, ich esse gleich Ravioli. Nein. Ich esse gerade Pizza. Nein, gleich. Boah, ich komme nicht mal auf den ersten Block mehr. Mein Knie juckt, mein Knie juckt. Ich kann nicht mehr, Martin. Martin. Ja, bitte. Tobi. Der Tobi bremst uns ja auch die ganze Zeit. Das kann man ja gar nicht schaffen mit dem. Guck mal, alleine schon. Guck mal in unsere Partyliste. Koba 242, 16. Deepzone, 15. EH0, 14. Ist doch klar. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber ist doch egal. Der hat die niedrigste Zahl. Der Tode heißt das? Nein, das ist nicht die Tode. Das ist irgendwas für eine Party. Auf jeden Fall bremst du uns. Du Spasti. Ich hab voll die geile Rüstung an. Du bist voll der verkackte Spassbaum. Warum hast du eine Rüstung an? Die haben getitelt. Ja, aber doch. Wegen Game Mode oder halt. Jetzt hab ich sogar ein Schwert. Fick dich. Boah, ich bin nicht wieder so ultra weit. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt wollen? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Nein, mein Schwert ist weg. Ich weiß nicht, wohin dann. Ja, das ist nicht machbar, Martin. Das ist einfach nicht machbar. Nein, das ist nicht machbar. Doch. Doch, das geht sogar kaputt, obwohl man nicht... Obwohl niemand Damage kriegt, ey. Baku is hot. It is so hot that you must keep sprinting for the entire curse. Or you will die in flames. Ey, lauf mich durch, mich durch. Halt nur nicht noch. Wieso fang ich an zu fliegen manchmal? Weil du dumm bist. Nur dumme Menschen können fliegen. Oh. Deswegen fliegt Superman die ganze Zeit. Ja. Der ist nämlich voll dumm. Ah, ah, ah. Alter, ich schaff das immer. Weil ich sprinte, spring ich immer zu weit. Ja, aber warum haben die so viele Tiere auf dem Kopf? Wie geht das? Kann man sich kaufen? Man kann sich Hüte kaufen. Oh man, das ist doch sowas von spastisch, ey. Das ist fast... Nee, komm, das ist jetzt was richtiges zu. Das ist fast so spastisch wie Martin. Aber so krass... Wie schlecht du bist. Fick dich doch mal. Du bist schlecht. Deine Mutter ist voll schlecht. Deine ganze Familie ist schlecht. Ich töte dich. Ich rotte deine ganze Familie aus. Ich schiff jemanden auf mich drauf. Ja, das ist jetzt nur, weil du zuguckst. Ich bin vorher voll weit immer gekommen. Ich war schon fast dein Ziel. Genau. Kannst du am Montag in der Aufnahme sehen? Uh, abgestone. Warum komme ich da jetzt nicht mehr über den dritten Blatt? Ja. Dann Philipp ist online. Ach, leck mich doch am Arsch. Komm, wir machen was anderes jetzt. Ich hab gar keine Lust. Ich blende jetzt mal die Aufnahme und dann sehen wir uns in dem ersten richtigen Server-Action-Spiel wieder. Bis dann. Sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Okay, geht doch. Was ist das? Das ist das die Antwort. Was ist das? Das ist das eine siamo?